Paris Rosenthal! Ich will ein Schatz! Macht mal ein, macht mal Kraft! Macht euch mehr, merkt mal, ich krieg mal kein Bock mehr! Das Spiel geht los! Guter Aufbau! Guter Aufbau! Guter Aufbau! Guter Aufbau! Guter Aufbau! Die Riesenschau ist groß! Sie haben ja voll gehalten! Berlin, dass man wie Leute sein können! Sie sind in der Korre! Wappel! Wir gehen jetzt. Ganz alleine? Oh, hey! Die brauchen das Tor! Ach, dann geht der natürlich super! Wunderbar! Hier fehlt nicht mehr! Neuer Spielstand also, 1 zu 1! 18, 9, 10! 14, 10! 1! 1! 1! 1! 1! 2! 1! Schade, den hätte ich jetzt mal abnehmen müssen. So, in 60 Sekunden ist hier Pause. Das machen sie gut. Was sind Sie auf dem Spiel? In Ordnung, dass wir hier in Verbindung haben. Nein, wir wollen auf dem Spiel gehen. Maschieff! 10 Sekunden bis zur Halbzeit. 5, 4, 3, 2, 1. Wir machen eine kurze Pause. 2 zu 1 ist der Spielstein. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Die Riesen-Chance! Ja! Die haben wir voll gehalten! Sie haben jetzt vor! Die Riesen-Chance! Wir machen weiter! 3-1! Pass! Pass! Sie versuchen es! Die Riesen-Chance! Die Riesen-Chance! Die Riesen-Chance! Die Riesen-Chance! Die Riesen-Chance! Das wird durch! Ein super Tor! Die Riesen-Chance! 3-2-1! Das Spiel ist zu Ende! Das war für Jörner Wolfsing! Sie haben sie in diesem Spiel! Das war aber wieder super! Auch von uns da draußen! Kompliment!